Kipri Modification. Sechs Monate bis zu deinem Traumkörper. Herzlich Willkommen hier zum neuen Video, zu einem neuen sehr schönen Part. Warum finde ich diesen Part sehr schön? Die vier Wochen absolviert wurde. Jetzt ist schon wieder eine Woche vergangen. Warum wir nicht gebogen haben und so weiter, seht ihr in dem Statement-Video, in den beiden Statement-Videos. Guckt euch die einmal an, damit ihr eine gute Übersicht habt, was bisher passiert ist und so weiter und so fort. Hendrik, wie geht's dir? Gut. Körperlicher Hinsicht, hast du Muskelkarte irgendwo? Ja, Beine nicht. Ich habe gestern Schulter trainiert. Schulter und Brust halt, Oberkörper. Und oberen Rücken halt, aber sonst nur Beine nicht. Was ist denn für den Bauch? Bauch oben. Und heute werden wir ein bisschen was machen, was wieder an die Substanz geht, aber dank der Höllenwoche ist es, denke ich, nicht mehr so schlimm. Also es würde für dich nicht mehr krass sein, sage ich mal. Also ich denke, easy für dich, oder? Gut. Jetzt hast du ein bisschen Kaffee mit Guarana. Probier den mal bitte. Da ist Guarana mit drin? Ja, probier mal. Da seht ihr mal, wie geil Guarana schmeckt. Guck mal, ob du es magst. Geht? Lecker. Also nicht. Gut. Wie schmeckt das ein bisschen sandig, oder? Ich sag mal so. Schwatter Kaffee schmeckt ja eigentlich nur bitter, deswegen. Aber dieses Guarana, ich weiß nicht. Keine Ahnung, du kannst es nicht beschreiben. Also vielleicht mal ein kleiner Tipp hier, für die Leute, die es andauernd gucken und auch vielleicht mal ein paar Tipps mitnehmen wollen. Vor dem Training ist ein Kaffee gar nicht schlecht. Natürlich schwarz, nicht mit Zucker und Milch. Das wäre natürlich wieder, ja, kontraproduktiv. Was ihr noch trinken könnt, ist ein grüner Teer. Haben wir gerade auch konsumiert, weil wir ein paar Videos abgedreht haben. Dann, was ihr noch konsumieren könnt natürlich, sind Motivationsvideos. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Also mich motiviert sowas extrem, dich vielleicht auch. Weil es einfach, dann sieht man Leute, die es halt durchgezogen haben, die wirklich schon diese gewisse Disziplin aufgebaut haben und sie auch in ihren Alltag involviert haben. Gut, es ist wie gesagt von Person zu Person unterschiedlich. Da kann jeder denken drüber, was er will. Er kann es auch anders machen. Dann empfehle ich vielleicht noch eine Zitrone zu konsumieren. Hat dem Hintergrund den gleichen wie der grüne Tee. Machen wir jetzt nicht, nicht jedes Mal, aber du weißt schon, wie es läuft. Und vielleicht noch die Banane vorher, dass man halt kurzkettige Bereitstellung der Energie hat. Ja, wir sehen uns gleich im Workout und mal gucken, was die neue Supermotivation bringt für Herrn Ortmann. Bis gleich. So, Ortie macht jetzt Fettbusiness. Na, stell dich mal nach da. Ich will deine Hose filmen. So. Ah, umdrehen. Die passt dir mal, oder? Das ist nicht mehr so. Du läufst rum wie ein schwieriger Assi, Mann. Junge. Also, das ist nicht schlimm gemeint. Das ist eigentlich positiv. Das ist der Schlaffi-Lock. Hatten wir doch letztes Mal auch schon geredet. Ja, so, gut. 16. 17. Sehr gut, Junge. Hast schon den Fokus. 90. Die Ohnung, Sieg, ja? Komm mal, hau rein. Komm schon, Ortie. Für den neuen Pfad. 1. Sehr schön, Junge. Weiter geht's. Weiter geht's, mein Gott. 2. Das ist in den Dropout. Und los geht's, Junge. Komm schon. Sehr, 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 sehr gut. Und 4. Sehr schön, Junge. Stark an. Komm schon mal an. Wir machen das, das ist ein Rennen. Und 5. Und 10. 18. 19. 20. Komm mal. 21. Sehr schön. 22. 23. 24. Sehr, sehr gut. Komm schon. Sehr, stopp. Stopp, stopp, stopp. Und hoch. 2. 2. 3. 4. Sehr gut. 5. 6. 7. 8. Sehr schön, Ortie. 9. 10. 11. Sehr gut. Gut so. Einen will ich noch sehen. Come on, Ortie. Ja. Oh, jetzt musst du nicht noch kaputt füllen. Das ist eigentlich gut. Der will ja gerade ändern, mein Kopf. Sehr, 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 sehr stark. 5, ganz schön. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Sehr stark. 25. 26. 27. 27. 28. 29. Und eine halbe, äh, eine halbe, oh, Entschuldigung, noch 5, 2, 3, da hast du schon. Du bist der Wille, ist da, mein Fall. Und hoch. Sehr, sehr gut. Ex- und sonst hatte ich hoch. Ich habe die negative geliehen, und sonst ist mein Fall. Komm schon. 1. Der Gängsrechte muss füllen. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sehr schön, Ortie. 9. 10. 11. 12. Sehr gut. 13. Der Kippe, mein Rhythm ist getaunt. 14. Komm schon, aber sehr stark. Nummer 6. Sehr stark. Jetzt nochmal die Nummer 7. Wenn du nicht mehr kannst, darfst du auf, bitte. Und los geht's. Nummer 8. Kunz-Murati. Los geht's. Komm schon! Nummer 9! Komm schon, Junge! Die machen so was von ihnen weg! Nummer 10 hast du! Komm schon, ich bin noch 15, Junge! Das ist doch jetzt perfekt! Komm schon, noch 5! Den Rücken bitte nicht reinhängen lassen! Jetzt kommen gleich die ganzen Bittesexperten und sagen, die es nicht lang ist heute! Noch 4! Komm schon, warten! Moment, wo die BK! Ja, genau! Ich heiße auf den Kopf! Aber dann soll ihr eine gute Idee! Okay! Und jetzt dann noch 3 sehr stark, Junge! Noch 3 Meter hoch! Ups! Wie sind es wert, was du rumkippen, mein Freund? Sehr schön! Sehr, sehr stark! Und du auch gut! Ja, sehr gut! Okay! Und du auch gut! Okay! Komm schon, Junge! Okay! 2 Meter hoch! Sehr gut! Nur als 2 in der Woche sehen sollen, lasst ihr es nicht sagen! Also, sieh noch nicht sieh! Und wir Eindruck auch nicht! Oh! Hä? Ja! Und es geht nicht los! Das war... Junge! Was war das? Oh, Peste! Lieber als homophobe Menschen zu nerven! Das ist unglaublich! Das war ja so viel! Das war ja so viel, wenn du ein bisschen zu spät hast! Du hast ein bisschen zu schäften! Du kannst du, äh, vergessen! Also ohne die Beine! Du hast ein bisschen zu schäften in, äh, Power mit dem Mother! Und der kann ja auch keine Flüge ab, weißt das? Boah, Aldo ist ein bisschen schlimmerer Schäden. Ja gut, mit der ersten Beide ohne Schwule. Fuck! Was ist denn das, ey? Ey, ey, ey! Was ist das? Was, oder? Ich stehe an die Güte. Na, unser André! Sag mal! Komm, ich geh zu, ey! Ich bin dabei! So, Arti, du hast dich geduscht. Wie geht's dir jetzt? Gut. War's ein schönes Training? Ja. Eins bis zehn, wie kaputt? Ja, sicher. Eins bis zehn, wie kaputt? Also jetzt, ich hab mich wohl... Es geht jetzt wohl wieder. Ich bin jetzt bei acht, aber vorhin war wirklich krass. Also das waren nur die ersten zehn Minuten danach. Und wir waren gerade, als die Gruppe war, umziehen und richtig schwimmen. Aber danach eben kurz, äh, kälte Dusche angemacht und dann ging das wieder. Okay, Leute. Daumen hoch, abonnieren. Bis dann. Ciao. Kippie Modification. Sechs Monate bis zu deinem Traumkörper. Bar discomfortsinging Deine Teams Du hast noch nicht mitаемer Ende gan. der